Willkommen zu einer Runde Dota 2. Heute Phantom Assassin mal wieder, weil das jetzt die erste Runde seit weiß nicht wie viel, ich glaube drei Wochen Aufnahme und vorgestern glaube ich habe ich eine Runde gespielt, die eine Runde im Iraner gespielt, die aber ziemlich scheiße lief, weil sowohl ich scheiße gespielt habe, als auch mein Team scheiße gespielt hat. Und ja, mal gucken. Es ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen blöd, unser Team. Es ist jetzt auch kein Ranglistenspiel, deswegen hatte ich auch direkt ein bisschen Gold verloren, weil ich irgendwie nicht mehr an diese Pickphase gewöhnt war, weil es im Ranglistenspiel ja doch noch ist, jeder pickt seinen Helden einfach mal schnell, wann er will. Na ja, wir werden sehen. Okay, wir werden kurz warten. Ich gehe anscheinend mit der Templer nach oben. Nein, das wird schön weiter pausiert. Wenn der sagt, er kommt wieder, dann wird hier pausiert. Ich kann es vielleicht verstehen, wenn jemand einfach so aus dem Spiel verschwindet und dann erst mal eine Zeit nicht wiederkommt. Aber wenn er schon schreibt, er kommt wieder. Mal schauen. Blöd ist halt, dass wir absolut keinen Support haben. Ich habe keine Ahnung, Templer ist das natürlich auch nicht Support eigentlich. Ah, da ist er wieder. Na, wir werden sehen. Ja, komm, kann weitergehen. Mal gucken. Die haben halt irgendwie ein leicht besseres Team. Also vielleicht besser, die haben auf jeden Fall Support. Shadowfiend ist nicht zu unterschätzen, wenn er Farben kriegt und seine Seelen bekommt. Clockwork wird auch ziemlich nervig, Jugger auch, vor allem wenn man ihm alleine begegnet. Mal gucken. Ich wollte auch eigentlich gucken, dass ich, wenn kein anderes Support pickt, vielleicht Support nehme. Aber dann hatte ich keine Ahnung, was ich schnell nehmen soll und dann war die Zeit schon vorbei. Weil ich, wie gesagt, nicht mehr in diese Pickphase gewöhnt bin. Und dann habe ich einfach, um nicht noch mehr Gold zu verlieren, einfach mal das gepickt, was ich gerade ausgewählt hatte. Und das war noch Phantom Assassin. Der Clockwork ist hier, okay. Ah, wir werden sehen. Was macht die Templer da hinten? Mal schauen, wie das wird. So. Ich muss halt auf jeden Fall meinen Farm bekommen. Dann kann das schon ganz gut werden. Als erstes. Ja, so. Die Richtung. Nein, nicht bekommen. Schade. Warum auch immer der Clockwork solo top ist und nicht unten. Wie es eigentlich normalerweise gemacht wird. Ah, ist alles ein bisschen komisch in diesem Spiel. Mal schauen. Komm. Na, schade. Dann mal direkt den Dagger-Skill. Oh, nein. Last hit. Ich kann's einfach immer noch nicht. Nein, warum bist du jetzt da rüber gelaufen, blöder Creep? Boah, ich kann nicht last hitten. Ja, komm, den noch die Nein vielleicht. Ja, dann eben nicht. Ah, schön. First Blood macht zwei Minuten in der Mitte. Gegen den Shadow Fiend. Das kann lustig werden. Mal schauen. Phantomsasam, oder du bist nicht hier von mir. Mal schauen. Ach komm. Das Streiten, wenn's halt hier oben um die Last ist, ist halt scheiße. Einen Dagger will ich auch noch nicht benutzen. Nicht solange der noch so viel Mana kostet. Ups. L30 Mana ist bei 180, das ich habe, ja schon nicht gerade wenig. Komm. Bisschen Nerven. Vielleicht Zizi ist Fernkampf. Wäre vielleicht mal ganz nützlich, wenn sie da mal ein bisschen helfen würde. Material Girl. Geh schnell. Gut, immerhin. Ich habe gleich schon mal den Ring of Health. Clockwork schon Level 4 halt. Nein, immerhin ist noch kein anderer gestorben. Ach, komm. Ich brauche halt wirklich meinen Farben im Battlefield erst mal und dann ein paar andere Items noch. Dann kann ich den... Aber da kommt jemand hoch. In the blink of an eye. Da kann man dann doch mal einen Dagger benutzen. Die Potion war es dann doch wert. So, Ring of Health ist schon mal gut. Ich habe keine Ahnung, ob die Zeit gut ist, 3 Minuten. Wahrscheinlich eher nicht. Woher fällt mein Schatten, fällt mein Blatt. Immerhin ganz nützlich. Da ist ihr Kurier, den können wir jetzt nicht helfen. Ja, vielleicht mal dennein. Bisschen. Den Kurier kriegen wir nicht. Nee, niemals. In the blink of an eye. Warum ist der Tiny jetzt auf einmal eigentlich hier? Sehr optisch. Ja. Wäre die Templer dran geblieben, hätte man den vielleicht gekriegt sogar. Naja, ich weiß es halt nicht. Sehr schön, einmal ausweichen. Nicht bekommen, schade. Haste Druhne auf Ember wird schön nervig für die Gegner. Ja, das ist gut. Oh, komm. Die bleibt halt nicht dran, irgendwie. Ach, Mann. 14 Lasted sind 5 Minuten. Ist keine besonders gute Leistung. Lass mal versuchen, den zu töten. Der Slot Sniper getötet. Auch nicht gerade toll. Anscheinend geht er... Nee, da oben ist er noch. Sie sehen mich nicht? Ich brauche unbedingt meinen, ähm, Battle Fury nachher. Deswegen... Ja. Ich habe keine Ahnung. Clockwork Level 5, Tiny 4, okay. So einen großen Level-Vorteil haben die gerade gar nicht. Schau mal. Die hat ja noch ihren... So einen Flächenschaden auch. Kann nachher ganz gut so mit Pushen funktionieren, wenn ich da meinen Battle Fury habe. Oder was ist das genau? Ja. Streuen. Wie ein Wisp. Ja. Weg. Ich würde gerne den Clockwork töten, aber... Irgendwie, die macht ja nicht vernünftig mit. Wenn ich es dann mal versuche. Wahrscheinlich sehe ich das komplett falsch und ich spiele gerade richtig scheiße. Sie spielt verdammt gut, aber irgendwie... Wir hatten schon ein paar Mal vielleicht eine Chance, sie möglicherweise zu töten. Aber... Es ist einfach zu übersehen, wie ein Wisp. Der schönen Kill am Sniper ist okay. 20 Mana sind jetzt in Ordnung. 140 Schaden. Es sind 70 an Helden. Das ist schon in Ordnung. Der Tiny ist halt ein bisschen nervig, wenn der nicht hier... Der macht zwar nicht viel, aber allein dadurch, dass er halt hier ist, ähm... Nervt er halt schon, weil man dann den Clockwork nicht so einfach töten kann. Oh, ja. Na komm, 100 Gold noch, dann... ...hab ich den auch. So. Ah, der Shadowfiend ist tot. Das ist okay. Ach komm, dann hätte man wieder ein Fass kriegen können. Gut. Das Mana-Ding habe ich. Der Kurier kommt gerade zur Templer, okay. Dann werde ich ihn gleich, wenn er bei ihr war, zum Secret Shop schicken. Ich will jetzt nicht selber hinlaufen müssen. Ich bleib lieber auf der Lane. Gut, und her, komm noch mal hoch. Sehr schön. Dann habe ich immerhin das Ding. Ja, würde ich gerne töten. Klappt nämlich so einfach. Danke. Perseverance, schön. Bisschen nervt. Mana kostet ja eh so gut wie keins mittlerweile. Gut, dann als nächstes. Au. Scheiß Rakete, wirklich. Nervt. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die macht. Nicht allzu viel, aber es nervt trotzdem. Nein, krieg ich natürlich auch nicht hin. Äh, ja. Okay, sie kommt gleich wieder. Okay, ich glaube, ich weiß, was sie bedeuten sollte. Okay. Was? Ulti, danke. Endlich. Damit läuft es dann gleich vielleicht schon mal besser. Gut, dann... Ich rüste mal auch auf dem Stout Shield einfach mal und dann brauche ich... Oh, Schuhe. Das habe ich eben letztlich, was ich da gemacht habe, komplett vergessen. Also das Spiel vorgestern. Ich habe auch komplett vergessen, Schuhe zu kaufen. Hm. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Sehr schön, das ist okay. Tiny auch schon Level 6. Ambers Bird Owning ist immer schön. Mal ein schöner Crit, okay. Ein gekritteter Dagger ist natürlich auch immer toll. Ich brauche unbedingt erstmal jetzt Schuhe. Stimmt, ich wollte gerade sagen, ähm, Battle Fury. Aber zuerst mal brauche ich Schuhe. So, lahmarschig will ich nicht ewig sein. So. Dann. 2.600 Gold brauche ich dafür noch. Okay, da ist der Ember. Schön. Ich glaube aber, die haben ihn gesehen. Sehr schön. Au. Nice. Das lief gut. Das war schön. Boah, jetzt habe ich die Enter-Taste gerade nicht gefunden. Oh Gott. Das war schön. Das war nicht so schön. Jetzt habe ich mal in der Mitte versucht, den Shadow Fiend zu töten. Ich komme auf jeden Fall mal mit. Wo ist er denn? Nicht mehr hier. Ich muss auf jeden Fall erstmal farmen. Runen gibt es gerade keine. Oh, yes. Okay, drei Mitte. Was hat denn der Ursa mittlerweile? Okay, der kloppt alle Creeps kaputt. Ich hoffe, der ist nicht so einer, der dann stundenlang im Wald bleibt. Wenn man überhaupt nicht mitmacht im Team. Solche Leute, die dann so im Jungle sind, gibt es ja leider auch. Wir werden sehen, was das für einer ist. Sehr gut. Die holen gerade den Tower unten. Ist das schön. Dann werde ich mal Mitte farmen. Und vielleicht auch den Tower kriegen, wenn mich keiner nervt. Oder ich gehe hoch. Oder ich gehe hoch und nervt den Jugger. Au. Au. Ich sollte vielleicht mal den Tango benutzen. Sehr schön. Gut. Das hat funktioniert. Dann holen wir uns das hier. Erstmal den Meer-Schaden holen. Hm, Top Tower. Der hat halt leider auch schon Ulti, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn der Kurier dann endlich mal zu mir kommen könnte, wäre auch ganz okay. Ja, komm, den kriegen wir. Sehr schön. Sehr schön. Dann hole ich mir das hier. Und dann passt das. Dann fehlt nur noch der Mid-Tower eigentlich. Dann haben wir alle... Ja, Acti-One-Tower schon mal. Das ist... Okay. Läuft auch gar nicht so schlecht dafür, dass ich am Anfang gesagt habe, es wird scheiße sein, weil wir keinen Support haben. Ich habe jetzt nicht den besten Farm, denke ich mal, aber... Es läuft gar nicht mal so schlecht. Ich verpiss mich hier oben lieber mal. Wird gleich einer kommen. Was macht denn der Ursa eigentlich? Sehr gut. Meine verheilten Schäuze. In silence. Wo fällt mein Schäuze, wo fällt mein Blatt. Ich habe keine Ahnung, was der Ursa da macht. Der eigentlich Lifestyle und Roshan, oder? Ich habe keine Ahnung, was der Ursa da macht. Äh, naja. Wird schon irgendeinen Sinn haben, was er da macht. Äh, ein bisschen noch. Ah, war gerade wieder meine Mutter. Ah, komm. Ah, hab ihn noch. Schade. Der Ursa steht in der Base und macht... ...gar nichts. Komm, weg, 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 weg. Fuck. Was macht denn der Ursa da? Was braucht man denn für ein Blatt? Ja, okay, das macht er gerade immerhin. Ich hatte halt zuerst den Lifestyle-Gol... Was? Äh... Okay. Na, okay, wenn er einen Dazzle kriegt, wäre es das wert, aber... Äh, das war, glaube ich, eine schlechte Idee. Das war keine so tolle Idee. Bin ich schnell genug. Bin ich schnell genug. Komm, komm, schneller! Ja... Ah, ich bin auch hier unten. Jetzt hätte ich meine Faceboots schon gebraucht. Ah, wow, 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 weg, 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 weg. Boah, hab ich jetzt überhaupt nicht hingeguckt, irgendwie. Was wird das hier alles? Boah. Wenn die Dinger da weg sind, dann... Komm. Sehr schön. Jetzt muss ich aber hier weg, unbedingt. Jetzt muss ich hier weg, ich muss hier weg. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier passiert ist. Boah, Battle Fury fertig, danke. Was zur Hölle? Ich brauche jetzt unbedingt Farmen. Ich habe viel zu wenig Farmen, glaube ich. Boah, Alter. Okay, er ist schon wieder da. Brauchen wir nicht mehr pausieren. Mal gucken. Boah, Alter, was geht hier gerade ab in diesem Spiel? Äh, ja. Was? Na, wie läuft es denn bei den anderen eigentlich? Wir sind gerade vier Kills vorne. Level 10, ja. Es geht. Mal gucken. Ulti Level 2 ist natürlich immer schön. Danke. Hä, was? Was machen die da alle? Warum? Warum pausieren dauernd? Ich glaube, Battle Fury Minute 18 ist ein bisschen spät. Da ist der Jugga. Ja. Vor dem habe ich richtig Angst. Okay, und der Tiny auch dann, als nächstes. Wenn er seine Ulti macht, werden wir drei zusammen sind. Dann ist nicht so schlimm. Ich bin nur ein bisschen nerven. Die sind halt viel zu gut zusammen. Ich brauche jetzt erstmal meine Faceboots. Leider. Wow, 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 weg hier. Fuck. Ich wollte noch auf ihn springen, auf ihn blinken. Hat leider nicht geklappt. Ach, Gott. ist er wieder toll gerade ok denied level 11 3 2 3 die spielen viel zu gut zusammen würde mich nicht wundern wenn die irgendwie zusammen in einem Team sind was auch immer würde mich zumindest nicht wundern mal gucken vielleicht wird es halt auch noch was am Anfang lief ziemlich gut jetzt nicht mehr so toll ok es ist gerade jetzt nicht so toll was hier abgeht dauernd kommt jemand einfach ins Zimmer wir brauchen unbedingt wards auf jeden fall das waren immerhin zwei schöne Krits gerade miteinander wow clockwork das war gerade böse dauernd ok wir bauen Dune ok das nächstes Hm, ich bin tot. Warte mal. Ja. Fuck! Die spielen echt zu gut zusammen. Er hat ne Blink-Dagger. Gott. Wir spielen hier ne Scheiße zusammen. Ne, es würde mich echt nicht wundern, wenn die zusammen spielen. Was machst du? Was macht der da? Warum ist er da geblieben? Er hat schon ein Shadowblade, oder? So. Wir brauchen halt unbedingt Wards. Das brauchen wir halt. Das muss halt sein. Anders kriegen wir es halt nicht hin. Und warum TP-t er sich da zum T1? Ja, T2 eben. Kann ich das machen? Einfach mal. Ja, klappt schon. Ich brauche Gold unbedingt. Ich habe viel zu schlechte Farmen von Anfang an. Komm. Einmal sehen, einmal sehen, einmal sehen. Was? Ach komm. Ich bin unter Attack. Ich werde den Skripers. Ich werde den Skripers. Du bist ein secretarget. Danke. Lifesteal. Sie sehen mich nicht? Ja. Da oben ist der M bei den Jugger verfolgt. Okay. Den Tiny hätte ich so leicht sehen, äh so leicht killen können, wenn ich ihn einmal noch gesehen hätte. Gut, meine Welle Farm bekommen. Jetzt brauchen wir unbedingt diesen Tower. Endlich macht der Ursa Roshan. Hat auch ewig dafür gebraucht. So. Gut. 300 Gold noch. Sind die Ancients schon wieder da? Ich weiß nicht wann ich die gemacht habe, wie lange es schon her ist. Ja. Schon wieder da. Stack ich das einmal, wenn ich es hinkriege? Haste-Rune. Nehme ich mir gleich, aber zuerst mal... Ein paar Lucky Crits vielleicht. Sehr schön, danke. Und ich habe meinen Helm of the Dominator. Oh fuck. Irgendjemand von denen hat jetzt Haste. Ich muss mal hochgehen und den... Wow. Wo kommen die her? Wo kommen die denn alle her? So. Die Welle wäre ich noch alleine ab. Und dann gehe ich zurück zu denen in die Mitte. Ich muss meine Dinge öfter benutzen. Meine Face Boots. Dann... BKW bringt weil... Ich weiß gar nicht ob das viele bringt. Komm. Komm. Au. Sehr schön. Komm. Gut. Boah. Das war in Ordnung. Ich denke schon, dass BKB was bringt. Ich gucke gleich mal bei ihnen. Bei ihren Fähigkeiten. Wenn ich die das nächste mal sehe. Ich gucke gleich mal bei ihnen. Bei ihren Fähigkeiten. Komm. Ja. Sehr schön. Nice. Das... Vielleicht... Es kann was werden. Doch. Ich muss gucken, ob die Jugga-Ulti BKB ignoriert oder nicht. Wenn die Jugga-Ulti es ignoriert, dann kaufe ich es mir. Egal ob. Egal ob es für andere. Das hier durchdringt. Ja, leider. Oh, das war ein schöner Crit. Boah, Alter. Da ist der Juggernaut. Muss ihn einmal sehen. Einmal sehen. Einmal sehen. Einmal sehen. Einmal sehen. Einmal sehen. Na ja, durchdrinkt. Leider. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Da hatte ich ein bisschen Glück mit den Crits. Und jetzt den Tower holen. Ich glaube, so viel bringt ein BKB hier, glaube ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht. Nee, komm. Kaufe ich mir mal direkt den hier. Da oben ist der Shadow. Mit einem Shadow Blade natürlich, oder? Ja. Ja, sehr schön. Der ist tot. Boah, war das knapp für den Nusser. Jetzt bin ich umsonst hier hochgekommen. Hm. Schön. Sowas liebe ich doch. Kommt mal mit. Kriege ich euch noch zum Stacken? Danke. Na komm, hau einfach drauf. Ich brauche jetzt Gold. Skullbasher habe ich. Gehe ich weiter zum MKB. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich gehe erst mit MKB und mache dann das Obiscipline fertig, wie es im Build ist. Ich benutze auch meinen Helm of the Dominator gar nicht. Ich benutze den gar nicht. Das sollte ich vielleicht mal machen, um Enchins zu stacken auch hauptsächlich. Okay, die sind leer. Sehr schön. Die haben jetzt auf meine Illusion ihre Fähigkeiten gehauen. Sowas ist immer schön zu sehen. Bottom Tower under attack ist okay, aber immerhin noch nicht weg. Das ist schon mal schön. Das sollte man aus der Mitte rausgehen und den oberen T2 Turm holen. Ich würde zuerst mal den hier holen unbedingt. Der ist Invis, schade. Ja okay, das Game läuft doch gar nicht so schlecht gerade. Ja, ich kaufe mir erst das hier, bevor ich weitergehe. Sehr schön. Ich würde jetzt den Tower hier holen, wenn möglich. Ah, Clockwork. Der Essel, komm. Ah, scheiß Tower. Fuck. Das war gut gespielt von ihm, das war gut. Ich brauche meinen Skullbash unbedingt. Ich habe es verkackt, mir den mitzunehmen. Die Tangos können eigentlich weg. Und da wollte ich den noch aktivieren. Dann waren da nur noch schon angehittet. Oh Gott, ich spiele wieder einen Scheiß zusammen teilweise. Wenn ich der Sniper wäre, würde ich da weggehen. Ich habe jetzt keine Lust, dass der Sniper jetzt stirbt noch. Was auch immer sie für Probleme hat. Egal. Wie viel kostet Rückkauf? 900. Also gute 1000. Ja. Zur Not hätte ich es. Ich werde es wahrscheinlich jetzt auch behalten. Ich habe keine Lust, dieses Spiel zu verlieren. Oh. Level 19. Okay, aber ich habe sogar mehr Schaden teilweise. Na, ich weiß gar nicht, was ich... Ich brauche TPs, aber was soll ich dafür verkaufen? Ach komm. Ich brauche TPs unbedingt. Das ist gerade am allerwichtigsten. Und dann komme ich mal hoch zum Tower Pushen. Irgendwie macht der Ursa nicht wirklich viel. Ja, Mitte verteidigen. Ich wollte gerade... Ich komme einfach nicht dazu mal zu farmen. Das ist einfach... ... 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 Schade, da ist er weg. Aber da ist der Tiny. Komm Sehr schön Nice Das war schön Ach komm Sollen die das hier machen Ich hole mir die Welle hier Krieg es wenigstens komplett Und krieg mal ein bisschen Gold Danke Ich wollte mir eigentlich endlich mal ein Creep holen Um die Engines zu stacken dann Aber ich verkack's immer Du komm her Dann weg So Nein nicht angreifen du gehst einfach nur hin Da ist ein Shadow Da ist ein Dazzle Nice Komm her Hier hin Okay Ich muss mich nur dran erinnern Das dann wirklich zu machen Dann geh ich mal zu ihren so lange Wow Boah Boah Nice Und jetzt hab ich gestacken vergessen Aber ich geh mal back Aber das war schön Das war schön gemacht 2000 3000 Die beiden schon mal gekauft Zusätzlicher Schaden Das wäre okay Aber Ich behalte mal lieber meine Items So lange Was kann er denn Aha Gut Ein paar Sekündchen noch Und unser Kurier ist tot Ich bleib mal hier ganz kurz stehen Damit ich mich Kommt her Da eine Rune Nein leider nicht Da war ein Jugger auf jeden Fall schon mal Wow Komm Wow Wow Ah Jugger 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 Danke Boah Mein Gott Und wieder zurück TP'n Gleich ein neues kaufen Alter Wo hab ich da bitte Ein Double Kill gemacht Ach komm noch eins Shadowfiend geht aber auch ganz schön ab Oh Stacken vergessen Egal Komm Endlich Töte Danke Ja komm Überlebe so lange bis er bei mir ist Bitte Ich will ihn töten Oh Das war blöd von uns Hä 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 Okay 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 der Ruse hat wenigstens Ages Damit kann man sich das vielleicht erlauben Ah geh weg da Okay er kann nicht Fuck Das lief scheiße Wir sollten endlich mal pushen Wir pushen einfach nicht Wir sollten mal oben den Tower holen Alles andere ist ja Sollt noch dann hab ich meinen Demon Edge Dann ist alles in Ordnung Ich hab zwei TPs dabei Passt schon Okay der Sniper macht das alleine Auch in Ordnung Hey Oh der Sniper ist tot war aber auch klar wenn der Clockwork da oben kommt Eins jetzt Sehr schön Oh fuck 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 Scheiß Scheiß Clockwork Nein Gott Du gehst mal bitte hier weg damit die Oh die sind gespawnt Auch in Ordnung Habe ich ja jetzt Zeit zum Stacken Wenn ich jetzt eh tot bin Danke der Clockwork ist tot Danke Äh jetzt Komm mit Kann ich die Bounty Rune einsammeln? Nein schade Wäre zu geil gewesen Sehr schön 30 Sekunden noch Oh Dekorier es da Du kannst mir meinen Demon Edge nicht holen oder? Wir versuchen es einfach Was kannst du denn schaden? Ich glaube aber nicht Nein Äh Oh Es kam der Sound Ich hätte es gekauft Aber Hm Ich komme nicht mehr zu diesem Stacken Schade Kurier bitte hier hin Da oben ist der Ember In Schwierigkeiten Komm Ich brauche jetzt einfach nur meinen Demon Edge Und dann meine Items Lauf Und weg Und weg Ah nein nein Weg 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 Verdammt Lauf doch Boah Boah Was war das Warum bin ich nicht gelaufen Warum bin ich wieder zu ihm hingelaufen Du versteck dich mal hier Boah Boah Den Turm oben haben wir immer noch nicht Was Es passiert einfach gar nichts in diesem Spiel bisher außer ein paar Kills Gut Damit habe ich Monkey King Bar Kann das hier weg Du kommst zu mir Rückkauf habe ich noch nicht Hier ist ein Level 19 Clockwork Der Sniper soll mal warten Schnell weg 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 Nein 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 Fuck Fuck Juggernaut Sprünge sind einfach so nervig Hol mir ein bisschen Gold Immerhin jetzt Danke Boah Was war das schon wieder Nein Nicht hier hin Danke Geblockt Scheiße Boah Was spiele ich hier für ein Kack zusammen gerade 15-7 ist eigentlich nicht schlecht Aber ich spiele gerade nicht gut Der Shadowfiend ist Boah Das sind schon Leute Alter Das ist ein bisschen krank gerade Wir liegen gerade immerhin von Türmen vorne Von Kills auch Zwei Stück Ich weiß gerade nicht Welches Team gerade im Vorteil ist Die beiden Ultis gehen halt durch BKB durch Deswegen habe ich es nicht gemacht Vielleicht Keine Ahnung Ich komme mal zu denen runter Wir sollten Zusammen bleiben Das geht nicht durch BKB Das hat mich gerade schon gerettet Oh Juggernaut Angst Geh doch Da ist noch ein Kripp Schön Schön Ich spiele gerade irgendwie verdammt komisch BKB ist vielleicht doch ganz gut Was gäbe es noch Was ich machen könnte Butterflyer Abyssal Blade Betäubt Danke Genau das brauchten wir Doch ich gehe auf Abyssal Blade Dann kann ich ihn auch stunnen Vielleicht während er gerade diese Drehung macht Ich vergesse immer die Engines Danke für diese konstruktiven Kommentare auf der Karte Wie dieses wunderbare Häuschen zum Beispiel Gott Was für Leute spiele ich hier Oh Weggecrittet Mit einem Crit Problem ist Jugger Tiny Clockwork Leben Nein da kann ich leider nicht helfen Geh doch Boah Ach Gott Keine Rune Komm Crit bitte Danke Was soll die Scheiße schon wieder hier Sneaky Danke Danke dass ihr damit das gesamte Spiel ruiniert wahrscheinlich Wenn man auf der Karte nicht sieht wo die Gegner sind Slyly Na doch nicht zu dem TP'n besser nicht Brauche ich vielleicht nachher doch eher Dann hole ich mir noch mal die Engines Oh yes Dann habe ich schon fast Where falls my shadow falls my blade Mein Dings Fertig Ich komme gerade echt nicht auf den Namen Da bist du bläht Nein Dem kann ich nicht mehr helfen Ich gehe dann besser mal Ich laufe gerade nur sinnlos durch die Gegend Ich weiß Komm wenn ich schon mal hier bin Dann mache ich die Engines gleich nochmal Das ist auch gerade irgendwie das einzige was ich mache Sehr schön Dann Secret Shop Danke Abyssal Blade Wo will der Ember hin Ich komme einfach mal mit Mit dem Ember zusammen Ist das okay Ja Die Aufhalten wird schwer Ich pushe gerade lieber Ein bisschen Die sind gerade noch da unten Also können wir noch ein bisschen pushen Ja gut Die sind immerhin noch da unten Vielleicht kann einer TP'n Aber ein bisschen Schaden am Tower Können wir trotzdem machen Sehr schön Und den Tower Komm den Tower kriegen wir Lieber zurück Ja Gut Zurück 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 Ich tippe jetzt von hier Ist jetzt gerade egal Als nächstes Vielleicht Was könnte man denn da schönes machen Wups Ich hab die 1 gedrückt Ja Erstmal für Rückkauf sparen Aber dann Sehr gut Ah ich bin schon Level 25 Das ist jetzt Unerwartet Hab ich gar nicht mitbekommen Oh ja Da ist ein Clockwork Und ein Juggernaut Auch Ich würde mal sagen Dass wir jetzt vielleicht Mitte pushen könnten Wow Wie ein Wisp Link in Sphere Wirklich Ich habe schon in der Fall Wo es zwei Katapulte pro Welle gibt Damit endlich mal jemand pusht Oh Das ist Oh Hinter uns Und ich bin tot Der Sniper kommt Nicht weg Oder Regeneration Nein Ach komm Nein Ich habe auch nicht genug Geld für Rückkauf 400 fehlen Okay Das macht ihnen keinen Schaden Schade Wir müssen aufpassen Dass die uns nicht die Mitte kaputt pushen Minimalen Schaden Au Was war das denn Wir dürfen uns jetzt nicht die Mitte kaputt pushen Nein Ja Los Man Fuck Nein 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 Okay Die Mitte ist weg Der Alter Der hat 3900 Leben Der hat eh Just ein Hart Oh Gott Ja doch Das Könnte gut sein Dass wir das verloren haben Oh wirklich Link in Sphere Blockte Wow Das war gerade lustig Das war gerade cool Und pushen unbedingt Ich push jetzt einfach alleine mit Es lebt nur der Okay ich bin nicht alleine Sehr schön Es lebt nur der Shadow Das ist in Ordnung Komm einfach pushen Scheiß drauf Kann ich den Turm auch ohne Creeps pushen? Ja den kriegen wir auch ohne Creeps Nice Wir haben noch Ein bisschen Zeit Oh Komm den kriegen wir Nice Baracken auch noch Bitte 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 Komm 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 Sehr schön Ich versuche oben Baracken zu kriegen Nice Komm Danke Das war es wert Es wäre es auch wert gewesen zu sterben Sehr schön Ich gehe nochmal zurück Ich gehe nochmal zurück Aber Da konnte ich ihm dann doch nicht mehr helfen Da gehe ich dann nicht mehr Boah ich habe 5000 Gold Das mache ich Erstmal hier töten Ich glaube ich hole mir ein Satanic Einfach weil ich es kann Und es dann doch was bringt 25% Lifestyle Im Gegensatz zu 15% Ist dann doch viel Und vor allem die aktivierbare Fähigkeit Ist dann übertrieben Jetzt habe ich leider kein Geld für Rückkauf Das habe ich gerade übersehen Ich gehe kurz in den Jungle Und farme das zusammen 1000 und 100 brauche ich Sehr schön Komm Danke von mir zu Tanic Das ist leer Ich traue mich da nicht Zu weit nach vorne Komm Die Welle Ich gehe mal eben hier lang Ich hoffe ich werde jetzt hier nicht abgefangen Und gekillt Danke die Entschins sind da Gott sei Dank Oh fuck Nein Ich habe mir Nein, 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 nein Mir fehlen 600 Gold für Rückkauf Gut, die müssen verteidigen Gott sei Dank Boah, wenn die jetzt pushen würden Wir haben 70 Sekunden In den 70 Sekunden Das ist scheiße Oh Okay Ach komm, das ist glaube ich nicht wichtig zu sagen Nehme ich überhaupt den Ton auf? Ich hoffe schon Lautsprecher und Headset Danke Gut 25 Sekunden Und dann muss ich Buyback Money sparen Habe ich noch nicht mal volle Items So Ich kaufe mir Wie viel kostet Buyback gerade 1000 Also 2000 2500 sollte ich behalten Für 3,5 Sekunden 200% Lifestyle Das ist viel Die sind gerade alle Die sind gerade alle unten Geil Der hat ein Double Kill Ist hier oben noch einmal für uns Ja, der Urser Okay, der ist Invis geworden Funktioniert Ich glaube, ich werde mal eben Roshan machen Wer fällt meine Schäde Fällt meine Blade Sehr schön Okay, Sniper hätte ich jetzt nicht gedacht Ich hätte gedacht Ich, Ember Oder Urser Aber der ist ja noch tot Also hätte ich gedacht Wow Genau deswegen Gut Jetzt gewinnen wir das Los Ja, Haupthelden sind tot Nur der Tiny lebt Das können wir jetzt gewinnen Ich habe noch ein Gem Ich habe noch ein Gem Scheiß auf Kills Ich hätte es ja einfach nur gewinnen Ich habe noch ein Gem Das ist ein kleines Spiel. Boah. Boah, Gott. Gott, war das ein Spiel. Wie lange ging's? Knapp über eine Stunde. Ja, genau das hab ich erwartet. Okay, das war bei mir aber auch nicht... Wirklich? Okay. Da hätt ich nicht so ein Team erwartet, wenn alle zusammen spielen, ohne Support und so weiter. Na egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, wann ich wieder Videos mache. Es kamen jetzt ja... Drei Wochen, glaub ich, keine. Einfach liegt daran, weil ich hatte keine Lust. Sag ich einfach so. Ich hatte keine Lust, Videos zu machen. Wenn ich keine Lust hab, dann mach ich keine. Ich zwinge mich nicht dazu. Und ich hab in der Zeit auch kaum Dota gespielt. Aber jetzt hatte ich irgendwie mal wieder Bock auf ne Runde. Und lief ja auch gar nicht so schlecht. Dann bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.